Evil Dachshund? Evil Dachshund? Ähm, was? Aber ich möchte dich gern haben. Der kostet 1000 Candy. Wenn jetzt hier die Mumienball 600 kostet, dann wird es mega einfach sein, diesen hier zu kriegen, denke ich mal, oder? Kostet der 10.000. Der kostet 1000, tatsächlich. Mr. John ist auch dabei. Der schläft gerade ein. Hey, John, wache auf. Wir drehen doch gerade. Da kannst du jetzt nicht schlafen gehen, oder? Okay, dann geh hier schlafen in den Sitzkissen. Mach's dir da gemütlich. Versink da drinnen. Und ja, ich glaube, wir sehen John nie wieder, weil, äh, ja. Er schläft gerade. Okay, Leute, und somit ist Mr. John jetzt fast 2 Jahre alt. Und heute werden wir ihn mega nähern machen. Erstmal, heyo, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, die Aufnahmen, die ihr vorher gesehen habt, war beim Halloween-Event, hab ich natürlich im Streaming gemacht. Und beim Lunar-Year-Event, wo die komischen Ochs da rausgekommen sind, die Metall-Oxes und so. Und ja, heute wird es Zeit, den Mr. John endlich mal mega nähern zu machen. Denn ich habe vor 2 Jahren den Halloween-Event mega viel gegrindet. Nur um 16 Stück von denen. Ich habe mich nur auf den Halloween-Dachshund konzentriert, damit ich 16 Stück von denen habe und den schließlich mega nähern machen kann. Und Leute, das ist das allererste Mal, dass ich in Adopt Me mega nähern mache. Und ja, ich muss jetzt noch einmal einen nähern machen. Und das werde ich auch ganz schnell machen. Und dazu werdet ihr auch noch den letzten Evil-Dachshund, der neon gemacht wird. Könnt ihr auch dabei sein. Okay, Leute. Das ist jetzt der allerletzte, der neon gemacht werden muss. Und dann können wir alle mega neon machen. Okay, jetzt der allerletzte, der fly right ist. Und... Der letzte Neon! Wuhu! Okay, das ist sogar der, der fly right ist. Und ja, wir werden den danach nochmal mega machen. Und ich finde den mega cute als Neon. Der ist einfach nur so gelb, aber der hat keine Tricks drauf. Oh, cool. Und ich habe noch eine Box bekommen. So, und jetzt machen wir den mega neon, Leute. Yippie! Guck mal, der hat einen kleinen Bruder. Wie süß. Sieht mega niedlich aus. Okay, Leute. Es wird jetzt Zeit. Alle sind jetzt Full Ground, Luminous und so. Und wir laufen da jetzt rein. Oder schwimmen da hin. Und ja, wir fliegen jetzt irgendwann da hin. Eher so ein... Ich glaube, fliegen ist besser. Wie? Okay. Jetzt wird's... Hä? Wo sind denn die hier gelandet? Egal, wir teleportieren uns einfach weg. Oh mein Gott. Wie das aussieht. Lol. Wir haben uns einfach durchgeglitscht. Durch die ganze Map geglitscht. Ja, egal. Wir sind jetzt hier. Und es wird jetzt Zeit, meinen allerersten Mega Neon zu machen. Ey, John wird einfach mein allererster Mega Neon. Ich habe noch nie in meinem Leben in Adopt Me einen Mega Neon gemacht. Also, selbst gemacht. Ich hatte nur durch Trades irgendwie Mega Neons in meinen Inventar gemacht. Oh! Aha! Ist der groß geblieben? Warum ist der groß geblieben? Ist das ein Bug? Hey, das sieht aber voll cool aus, Leute. John ist einfach richtig riesengroß. Ob das auch bei den anderen so sein wird? Oder ob die jetzt kleiner bleiben? Ich glaube, die bleiben klein. Huch! Was ist mit meinem Backpack los? Das war nicht so, wo wir Neons gemacht haben. Das sieht irgendwie komisch aus. Und wo sind meine Dachshunde? Hä, bin ich blind? Sind sie? Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, hier ist jetzt alles wieder normal. Da werden uns auch die Favoriten und so angezeigt. Nicht, dass wir jetzt Adopt Me kaputt gemacht haben. Okay, wir haben die Halloween Evil Dachshunds immer noch da. Aber hier sind sie irgendwie nicht da, oder? Huch! Leute! Was habe ich gemacht? Ah, da sind sie ja! Cool! Aber sie sind auch klein geblieben. Das heißt, John ist der Größte. Eigentlich heißen alle John, weil die haben einfach nur drauf gewartet, irgendwie fusioniert zu werden. Und jetzt sind sie fusioniert. Und wir haben unser allererster Meganeon! Oh mein Gott! Wie cool ist das denn? Ey, der ist auch sogar Fly Ride. Okay. Uh, cool. Und ist already Meganeon. Cool, jetzt können wir ihnen nur noch Friendships geben. Ich glaube, John gefällt das gar nicht, dass er Meganeon ist. Guckt euch den mal an. Der ist jetzt voll beleidigt, weil er jetzt so viele Evil Dachshundsälen in ihnen hat. Und er hat nicht alle Tricks. Huch! Aber egal. Ja, dieser Trick ist voll cool. Leute! John gefällt es einfach nicht, dass er Meganeon ist. Obwohl es eigentlich richtig cool ist, Meganeon zu sein. Ach, John, du sitzt dich jetzt erstmal hin. Und guckt euch mal diesen Musk-Osk an. Oder Musk-Ox. Dieser Ox da. Der ist riesengroß. Was passiert denn hier? Leute, der ist einfach riesengroß. Und guckt so grimmig. Okay, Leute. John konnte sich jetzt wieder beruhigen. Mr. John. Und hat jetzt wieder gute Laune. Guck mal, er tanzt jetzt auch für euch. Und jo! Wir sind mit John nochmal campen gegangen. Der wollte unbedingt Marshmallows. Deswegen habe ich denen einfach mal Marshmallows gegeben. Der Kleine, auch wenn es ungesund ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. John ist gerade mega happy!